meine arme banane meine bunda hey was wollte ich als support spielen und so egal oder wie nein nein greggas lolle ich fühl mich gebummst ich bin der einzige der irgendwie findet es keinen sinn macht dass gragas ap schaden macht das ist ihr ficker ass der den schaden macht das ist was anderes jetzt wird gesaugt ich werde dieses match also wieder zero impact haben das ist ein graves adc wer ist adc graves adc season season 4 pick ja damals wo man ihn noch adc gespielt hat bis man ausgelacht hat weil sie in jungle gespielt haben das ding ist seitdem über kannst du nicht mehr richtig adc spielen weil er einfach du stehst dich in deine eigene minions rein er kann ich mit autotext nicht mehr treffen weil sie geminion blockt weil graves und autotext sind skillshots ja hast du nicht gesehen ich habe so selten graves gesehen graves neue passiv ist ja er kann zweimal schießen und muss dann pause machen das soll graves sein auf dem skin ja das sieht aus wie braum kind of bzw braums und das sieht aus wie reinhard ohne helm winter reinhard skin alter falscher publisher junge der nächste laden in der innenstadt der insolvenz anmelden muss ne buchhandlung champion mit 10 dashes this gonna be fun und die buchhandlung besteht schon seit 120 jahren tja tja aber sie wurden nicht genug rückgeladen um ne krise zu überleben muss halt äh die kde nicht so gut sein der läuft schon in letzter zeit nicht so schlecht nicht so gut mein ich shotgun needs for the winners seh ich noch nicht so ganz riven ist halt so ein ding was ich immer noch so im kopf hatte ist so hhh spring spring du rückst einfach so oft kuh bis du überall auf der map zweimal warst Alter ich liebe es Alter und dann das ist mir zu doof hehehe Have you ever seen a real magic trick? Minions have spawned Spinions have mourned You will see me go from zero to a hundred in a second I am the very definition of a self-made man I am the definition of artificial crab meat Yes Have you ever tasted artificial crab meat? It's quite delicious young man It tastes disgusting Schmeckt nach krab aber irgendwo schmeckt's nach hüchchen I will put it in the words of Gordon Ramsay Oh my god How do they go to that? Das sind die Minions gerade zu beschissen laufen Ich werde die nicht kriegen Ich auch nicht Ein 4! Auto-Tack! Du hast nie gesehen einen Mann, wie ich vorher. Ich bin die Definition von echtem Horror und Schmerz. Gib mir Geld! Aua! Den da bitte, Urgott! Den da bitte! Dankeschön! Okay, dann muss ich halt... Wenn ich nur einen Dash haben kann, muss ich das halt irgendwie... ...ausbauen. Haben, haben! Du hast schon verloren! Du hast schon verloren! Du hast schon verloren! Du hast schon verloren! Gordon! Gordon! Gordon Ramsay! Ah, ne, ich hab sie gesehen. Da ist sie. Er ist im Busch! Gib! Toll, Jupp! Lonne! Nimm Pott! Nimm bloß den Pott! Ich hab keine Rolle, mir spinn ich mehr. Doch, darfst du! Wir müssen uns nochmal anstrengen und du musst dich weniger von der Wampe treffen lassen. Komm, komm, komm mal her! Komm mal her! Ich schmeiß dich! Okay. Nicht getroffen! Ja, er muss belastend sein, 10 Dashes zu haben. Tja, ne, wie hier... Warte, war... Ding! World Person! Guck, jetzt läuft's doch schon besser! Es geht Richtung nach oben! Ach ja! Ach ja! Ne... Und die Rücken geht Richtung unten! Got nothing to do! Ja, willst du? Ich schmeiße die Sache dir, Frau! Oh mein Gott, der Mann! Wie hat dich das nicht getroffen? Nein! Mein Taunt! Boah! Boah, ich kann nicht farmen, es soll der Scheiß! Nice! Boah, Curls hat mal Damage gemacht! Alter, willst du mich flexen? Nee! 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 Don't you dare! Das ist meine Ehre! Das war ein Easy Assist! Ich meine, ich hätte sie locker stealen können! Ich weiß! Easy! Aber ich hab mir gedacht so, nee! Dann gibst du... Ich brauch das gerade! Ich muss irgendwas in den Boden stampfen! Ach ja, der ist Homeguards! Ganz vergessen, dass der Scheiß existiert! Oh, cool! So, yeah! Enjoy your fuck-faced! Enjoy your fuck-faced, bitch! Spiel! Viel Spaß mit den Minions! See you later! Hm! That's a nice hammer I got there! Nee! Wobei... Warte, ich will doch nicht den Hammer! Lieber... So! Und jetzt hat sie auch ruhig! Jetzt kannst du mich wahrscheinlich wieder klatschen! Na, du hast gerade gut Gold bekommen! Nevermind! We're back in business! Nevermind! Und sie hat geflasht! Nevermind! We're back in business! Hm! Das ist ein gutes Gefühl gerade! Ich werd milde erregt! Ich glaub, so Charakteren wie Lux liegen dir nicht! Ja! Einfach wo... Einfach da stehen wie so ne Ente aufm Regal! Ich glaub eher, dass du mit Charakteren, die äh... sehr stark auf gekauftes Setzt nicht so gut klarkommst, weil du... Variabel spielst! Ich bin der so einheitlich! Das glaub ich nämlich auch! Deswegen mag ich zum Beispiel keinen Assassin's, weil mit Assassin's musst du skalieren! Oh, Alter! Minion Block! Ansonsten bist du worthless! Fucking Minion Block! Boah, die ist hungrig! Die hat geholtet! Dann gibt's halt Charaktere, die sind halt sehr stark auf Base-Stats ausgelegt! Oh, wow! Da gehört zum Beispiel dann ein Urgott dazu! Und da ist es halt nicht so schlimm, wenn man vielleicht mal ein bisschen schlechter steht, weil man hat immer noch seine Base-Stats! Und Base-Stats... Der war back! Der war back! Der war back! Du bist back! Ah, natürlich werd ich, äh... Anivia kurz back! Diesmal lass ich dich mit dem Leben davon kommen! Noch! Aber auch nur, weil ich kein Mana hab und kein Ult! Aber die Ult hat noch 10 Sekunden! Überleg's dir also gut, Riven! Okay! I'm gonna shotgun you again! Alter! Okay, then! Okay, then! Okay, then! Set ist in unserem Jungle! Bitch, didn't... Bitch, didn't learn! Is that no Flash? Alter, der Flash von dem Set war so scheiße! Bei Mauli! Nee, Elk hat doch... Nee, Elk hat geflasht gerade! Hm? Oder hat er sich ja auch geflasht! Der ist ja auch geflasht! Engel ist im Jungle! Ja, ich bin gerade verwirrt! Alles gut! Ich bin gerade verwirrt! Okay, weil ich... 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 Ich bin... Ich bin gerade... Krabbe-Ringel! gerade tötet sei dass das letzte match da entschuldige mich für da war ich einfach tilt das gut deswegen also auch an chat ist da war ich einfach fach und tippen gerade aber ich glaube ich glaube ich spiele auch nur noch urgott mitte oder sowas hier ist wort drin ab hemmen urgott mitte überlegt man mal gerade das ist eigentlich so doof auf papier stein ja das war eine andere sache weil ich die kalt habe eben ja frau ist hier ja nein ich habe nicht bekommen ich habe nicht mal schaden gemacht ich habe nicht mal schaden am kennenden gemacht nur mal kurz klar zu machen ich brauche kein keine holt und ich meine sie versucht sie aber auch immer wieder und jetzt habe ich perma b jetzt jetzt habe ich richtig spaß jetzt wird geschreddert ach die haben dich da gecatcht ja das problem ist zwei wären möglich gewesen aber das trifft hat mich dann gelegt drei waren die muss auch weg die überlebt das nicht ich meine hätte man mir irgendwie vielleicht früher bescheid gegeben oder so so ich früher agieren können ich habe mir glaube ich habe in dem moment versucht einfach nur zu überleben beziehungsweise halt noch ein kreuz holen riven wird gemobbt ich glaube so ein paar leute werden da so ein milder horny bei war maximlich auch so absolut nicht leiden kann einer keiner kann die wirklich leiden weil sie nicht gerade main hauptsache setz meint natürlich erstmal wieder flexen zu müssen wotter fack ey aber das ist so ein flextil komm versuch's los aber diese caster minions alter weiter aber ich verschwende geld dadurch die denkt sich gut den auf der top lane kann ich nicht weiter mobben also mal gehe ich woanders hin ich hab den jetzt sogar schon weiter so eine 1 2 million waves noch und fahr ich krieg farme ohne ende doch dann erst mal auf mal aus wenn ihr mal ein viertel dicks habt die steckste base damit schon im game ne ich stand halt aber gerade scheiße ich habe verstanden irgendwas mit nationalsozialisten die packten riven fucking water hin und ich weg geschreddert ich habe gerade einen minion aus der single cute i'm sorry aber das ist auch jetzt gott ein voll premium team alter du musst mich schlucken während ich nutze diese frau die leidet ja komm bleib ich habe keine angst vor dir i'm not scared of you boah das fühlt sich so viel besser ja jetzt jetzt geht weg ich sag dir gib den tower auf oder gibt dein leben auf suchst der aus ok eine viertel dicks hier und ist braun oooh der ist da wie gesehen mister miiester there is no coming back there is no way alter ist klar ist klar alter die haben bock ja auf einfach oh 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 ok du willst mehr ok ich habe herald oh du hast ein oooh pass auf pass auf oh oh fuck essence of jetzt haben wir spaß bist du gestorben ja an z irgendwie ich habe keine minion wave nur leider ich habe mir einfach nur sein living shadow und sein ex entschuldigt ja egal oh tschüss kommt der charge gut durch halt sagt kommt man gut durch easy wie viele von euch soll ich eigentlich noch umbringen na z du als nächster möchtest du auch noch you want some penis enlargement pills äh eine weh missing aber hauptsache deren clan heißt einfach mal frisches nordseesalz what the fuck frisches nordseesalz ich habe jetzt ja das ist deren alter das ist deren pack wow ähm ähm und ich habe die fucking riven immer weiter eingestampft ich hole mir mobility boots alter ey so viele so much items i can't hold that much items ich push weiter fuck you guys das ist schön wie keiner von denen irgendwie damage macht ja kommt ruhig in meine nähe oh boy ok ok 2 wo ist man in der ulti eigentlich gelandet weg mit der ok auf eine wir da habe ich mich jetzt gerade einfach zu mächtig gefühlt danke für diesen äh 3 vorsicht z vorsicht z ah nice nice geht weg bam hm turbo krabbe aber wo habe ich eben gerade meine ulti hingeheatet das freut mich gerade viel eher wo ich die wo ich die geschossen habe ja graves hat mir jetzt den tower hier so ein bisschen gepusht aber das sagte mir gar nichts ich gehe da jetzt hin und äh ja lagas pusht gerade bei mir voila ah yes it's like free money rickensits botchnein hier ist kein wart endeles miserein me schun gorn oder o schizini z kommt botchnein hm oder riven kommt hier ist kein wart zur euch oder hier war sie hier war sie Ich pushe hier den Top-Tower rein. Scheiße. Oh Mann, Riffen hat so viel Mobility und es kaczt mich einfach an. Nein, Elvia. Ich krieg den fucking Tower noch, aber mein Turret dachte sich so, nee. Aber gut, jetzt sterbe ich nicht mehr. Oh boy. Hey, Riffen. Welcome to the cage. Oh no. Aber auf anderen Lails sind ja auch die anderen. Heil out, check noch. Während die anderen hier Stress machen, kann ich ja hier pushen im Grunde. Äh, I'm dead, fuck. Äh, immer dieses Set, ey. Weil hier unten ist ja viel eher die Gefahr, dass ich eingepusht werde, als hier oben. Beziehungsweise dann müssen sie wenig jemanden nach oben schicken, um mich aufzuhalten. Und dann haben die hier unten mehr Platz, mehr frei. Außerdem, also was will der Graves jetzt hier, will der sterben? Fahre ich um den Jungen. Boah, er hätte einfach nur einen Outtake machen müssen. Voll Depp. Na gut. Riffen kommt dir entgegen. Ich komme mir mal auf entgegen. Hier, was auch immer. Äh, jetzt ist der Tag. Riffen, das ist ein S. Zerstör die Thought. Lolle. What the fuck? Raskar, Raskar. Hilf mir. Verschwinden, das nehme ich gleich mal. Was denn? Einmal helfen, bitte. Oh, ja. Oh, oh, hey. Oh, oh. Komm her. Aua. Cool. Ich könnte nicht mal Sonja's drücken. Oh, die haben alle so low überlebt. Aber kriegt ihr? Ja, kriegt ihr. Die wissen nicht mal, dass wir Harryt machen. Ja, die wissen, Alter, die haben das nicht mal gesehen. Oh boy. Ja. Oh, oh. Deh. Oh wow. Deh. Nein, mein Lieblings-Tourret. Hm. Oh, hey, der hat mir mein Ding weggemacht. Ich kann da nicht tun. Ich kann da nicht tun. Ich kann da nicht tun. Ich kann da passen. Aus aufsuchen. ich nehme vorsicht rake ist gleich wie immer worden ja dann mache ich hier oben stress wenn die äh wenn rake bei des eine lange mehr der eine länger schon eine äh, 2 mehr so, äh! hab's vergessen so, Kragas ist top oh boi oh hey oh, das ist ein spam ich hasse es was? halt damit hä, ich war doch schon raus oh hey blöde, fuck oh Aua, Mando hey, willst du mich ver- hier Arsch das versteh ich jetzt nicht ich versteh mein Leben nicht mehr ich war ja aus der Anivia Ult schon raus was hat mich denn da gekillt? hm ist das irgendwie Burn Damage? was mein Leben nicht mehr durch die Mitte some weird ass Burn weird ass Burn? ja, some weird ass Burn Killed mich ach so, Death Stance ist ein Idiot? nein, du hast Death Stance das ist ein mit Schadens nochmal verzögert ach so boah, ich kippe, ey scheiße, ich war's da durch ich war's da durch ach shit ja, ein bisschen zu hoch hm nein oh wow oh wow Drake ist hm nein, du schon lange oh man wo gehst du? weil ich ein bisschen Angst hab bevor du noch jemand vielleicht sagen kann oh shit jetzt kommen die natürlich oh da ist kommen die ja da schön wegziehen aua 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 ich könnte hm well gotcha oh schredder ihn der dicke maaaan dick man down aua aua dreckige ähm ich bin tot alter, ihr fucking cool, ey macht nur so viel der, der Vogel ja fucking bird fucking bird person zeig ich mal was frostes du scheiß federvieh aber wir haben den Drake bekommen, oder? ja hm na, wir haben ihn wenigstens hören sie jetzt aber leider ein Stück der Myths nehmen, was nicht ganz so geil ist was nicht ganz so geil ist aaaaaaah hm okay jawohl jawohl ja jaaah oh fuck er wollte unbedingt zu mir alter, ich hasse keine Wolle jetzt bin Sonja's ab boah, ich hab keinen Bock mehr auf das Game that bird hm ne, die ist halt vollgestopft pisco joa, noch tanze ey, der ist so unter die Würde einfach rumzupflanzen mit so nem dicken Baum mit so nem dicken Baum jaa watch it watch it big guy okay follow in my wake I need some minions to slay mhm get some power hm hm oh hm und du Riven glaubst du du hast... oh die habt ihr alle noch relevant ich seh schon ihr seid alle hier Ja. Ich hab Bock. Wir müssen noch ein Stück näher kommen. Oh boy. Deleted. Oh boy. Oh. Zett ist neben uns. Und er geht jetzt nicht mal nicht. Wow. Ja. Oh nein. Who would I fucking guess? Oh. Trickschen. Der fucking Zett einfach nur. Nein! Och. Nicht ernst. Okay. Ich bin dran mit dem Geln. 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 Wo war ich das Ding noch? Die machen bestimmt Barron. Ja, das waren sie. Oh, die Loll. Weit. Ich bin dran mit dem Geln. Krabbel, 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 krabbel. Oh. Haben die wohl doch nicht. Oh. Nee. Oh, Alter. Wie hat das... Alter. Fräckige Older Hole, ey. Ohne Witz. Gut. Ey. Die wollen mich ja nur nach Tod sehen, ey. Nix da, Junge. Nix da, Kinder. Kriegt ihr nicht. Äh, Leute, ich muss schon wieder schmacken. Scheiß, Bodo-Boost. Ja, komm. Trau dich. Okay, doch nicht, okay. Aber da fachst du dich gar nicht mehr. Ja, war nur. Wow, nein. Okay, das war gerade unsüßiger Satzbau. Unsere unsüßige Situation. Oh boy. Eins, schwein. Was der? Alter, ist klar. Bleib hier. Ich sag, der bleib hier. Kragas kommt auch noch dazu. Vorsicht von hier. Ja, hab ich drauf. Dauf. M. Ähm. Hat er nicht mehr. Nein. Yo. Blöder, Alter. Hey. Speed, man. Speed, the Speed, boy. Digger, fat man. Dder, dder, dder. Speed, the Speed, boy. Suck on my ass. Better not. Better don't. Cause that's disgusting. Zorn calls for... Nö. Da ist der No Fun All Out, Bert. M. Fick dich. Nope. Have a jolly good... Der hat gerade geöltet. Oh, deswegen hat sie geöltet. Oh, fuck. Bye, Elko. Have a good time. Alter. Viel Spaß. Ih, denn wenn ich schon jetzt tot bin. Spaß. Oh, oh, oh. Bird Sandwich. Chicken Teriyaki. Ich habe jemand. Ich baitet. Ich baitet. Ich bait. Wir haben zwei Lanes, die unglaublich gut durchgepushtet. Wir müssen die nur mal färfen, die Lanes. Oder lass das mir. Ich bin die große Krabbe. Ich bin die größte Minion auf dem all. Ich habe das Gefühl... Alter, was macht er gerade? Ich bin zu dir von dem Shadow, pass auf. Ja. Ja. Ja, sie kommen alle zu dir ab. Oh. Aber was wird verhoren? Nein, komm doch durch. Ähm. Oh, weideleil. Ey. Das ist jetzt gerade so eine Sache. Hau mir doch bitte nicht mehr auf den Lippe. Box mir doch bitte nicht mehr auf den Mund. Das ist so ungesund. Alter, der ist sehr, der... Oh, der hat... Schau mal, Andy, willst du gerade Streit anfangen, oder was ist los mit dir? Hm? So unterschwellige Kommentare gar die ganze Zeit. Was denn los? Finden wir immer noch gut. Noch ist es machbar, ist es nur schwierig. Ich brauche jetzt noch mal hoch, mal jetzt noch mal ein bisschen Stunk. Einerseits, wenn sie... Das könnte jetzt knifflig werden, weil ich glaube, sie sind in Richtung Bärmigang. Ja, absolut. Und dann wird sie rotieren. Ja, absolut. Ja, absolut. Ich habe es gesehen. Ich gehe wieder back. Bis dann bin ich weg. Ja, aber ich komme weg. Ja gut, war jetzt halt noch nicht so ideal für Teleport. Ja, ich bin in der Minute. Aber das können wir machen. Jetzt sagen wir, dass ich... Ich gehe vorher noch mal der Botlane auf den Sack. Hm. Ups. Die sind am Baron. Oh, no. Schaffen wir nicht recht zu dich hin. Hm, hm. Oh, vielleicht. Ah. Den Nivea schreddert den. Oh, no. Guten Job. Okay, es geht. Nein. Nice. Oh, come on. Er ist nur mein Ult und fucking, ich fucking Nirvana. Oh, fuck. Weg von dem Shadow. Push weiter, Botlam. Ich mache, ich mache. Ja, gerade alle, ich hab. Du müsstest, Drake, äh, Lini, halt mal die Super Millions auf. Oder Elko, mach du das. Lini, komm, du. Ja, ich mache, ich mache. Ich versuche gerade, die Typen vom, äh, Rückgehen aufzuhalten. Ja, mache ich. Das ist echt schade. Ja, das ist echt schade. Ja, das ist echt schade. Ich kann jetzt auch nicht mehr halten. Oh, aber ich hab's, ein Flash. Ich hab In-Hip. Nice, I'm out. So, wir müssen jetzt auf Top 10 machen, dann haben wir's. So, Bot haben wir In-Hip. Das ist schon mal gut. Und, Alter, die Wave pusht immer noch. Alter, der Kragas, der ist, der hat gelitten. Ich muss gerade erst mal kurz zurück. Oh, warte, warte, warte. Mall of Morden, 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 Morden. Und jetzt ein, jetzt ein GA. So. Meins. Oh, oben. Mach ich, mach ich. Kamporten. Um die Frau kümmere ich mich, oder so. Hey. Hallo. Oder so, das geht nicht. Hallo, Frau. Und sie fickt dich. Oh, wow. Tut sie nicht. Tut sie nicht. Hi. Eins, zwei. Hopp. Eins, zwei, tot. Überraschung. Fainted, ey, die Olle. Nein, Überraschung wäre, wenn wir sie vergewaltigt hätten. Das wäre mehr so eine milde, milde Aufmüpfigkeit hier. Milde Aufmüpfigkeit. Jetzt vergewaltigt kann man es nicht. Oh, das ist eine Bosaftigkeit. Ja. Das ist Vergewaltigung. Boah, Alter. Kannst du mal aufhören, hier auf meiner Lane rumzuspacken? Das darf man den Kindern ja nicht zeigen. Pass auf, seit drunter kommst du uns zu, äh, Angel. Mhm. Das ist da. Jo, soll er. Ich reiß jetzt hier. Ich mach jetzt das mal an, was ich vor einer halben Stunde machen wollte. Mach das Scheiß, den kaputt und dann den hier. Und wenn mich keiner aufhört, mach ich noch weiter. Well, fuck you then, dann mach ich halt weiter. Nice. Ich bin tot. Oh, lol. Ich bin sowas nicht tot. Doch. Komm mal her. Ja. Ne, wie hast du ein anderes? Das hat mich getötet. Oh, lol. Ne, das hat mich getötet. Kadam. Wer hat sie? Oh. Ne, die hat 25 Matrix-Decks. Oh, wie close war das denn mit dem Set? Nein, da ist ein Tower. Fuck. Fuck, ich hab ne Ulti, die mich kurz in Ordnung übermacht, Mama. Cool. Cool, cool, die Tower. Oh. Oh, Ei. Und Hut. Und Shotgun ins Face. Und die haben's hinterher. Mach das Ei. Die Minions. Mach die weg. Nö, die Steile weg. Go for it. Los, mach den Tower. Shotgun. Cool, der Power. Oh, Mensch, man. Wenn fuck'n Shotgun von Urgott hättet, Kodo Power da. Nein, mach den Nexus. Scheiß auf den dicken Mann. Ich kann das nicht aussuchen, Mann. Mach aus und drück auf Nexus. Das bringt nix. Da ist dann nix. Ah. Kodo Power da. Mann, was sagst du mit Zeug? Mann, sagt er immer, mach aus. Ey, was? Bist du doof? Du sollst die Weh ausmachen, einfach den Nexus auf den Dicken. Das bringt halt nix. Das tut halt nix. Oh Gott, Plan ist weh. Nichts anderes. Aber ich hab Teleport. Hm. Also wenn ich will, kann ich sie gleich richtig foltern. Ich hab auch GA voll, also. Ich folter mich selbst. Ich komm dann nochmal wieder sogar. Ich mein, ich bin soweit, ich könnte sogar meine Schuhe für noch was anderes verkaufen. Das solltest du nicht tun. Das soll nicht. Movementspeed ist nämlich okay. Ja, aber ich kann was anderes machen, was Movementspeed hat. Hä? Äh, tschüss, Seth. Was gibt's denn? Was gibt's denn noch, was... was laufen gibt? Hm. Äh... Willkommen in Krabbe. Euer TP. Hm. Ah, ja. Tschüss. Ich will da. Mach beendet, beendet. Die hier sind zwei. Einfach auf den Nexus. Weg mit ihm. In den Mixer. Hau auf die Schlampe. Die ganze Nacht. Hau sie die ganze Nacht. Ah, 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 ah. Aber. Aber. Das ist jetzt nicht wahr. Also, ich mach am nächsten Mal einfach keinen Schaden. Die burnen tot. Aber du bist auch tot. Ja. Aber. Minions OP. Minions. Ne. Ne, wir haben einfach ne Wand. Oh, aber. Ja, ist egal. Ne, ne. Ne, Alter, du halträumt auf. Oh, 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 oh. Ne, wir haben zu viel Wafler. Ich hab fucking Teleport noch. So ne Scheiß. Ich könnt mir... Was gibt's denn da? Du kannst denn theoretisch auf den da teleporten und dann... Jetzt hab ich keinen Teleport mehr. TP gibt ja Movement Speed. Die gehen jetzt nämlich auf den Brake. Ich hab keinen Teleport mehr jetzt. Das hab ich eben gerade benutzt. Ne, ne, ich mach Elko. Elko. Vorsicht aber vor deiner Nivea. Du sollst dann so unten rumlaufen. Dann da autotaken. Ja. Gibt's echt nichts für Movement Speed? Doch, es gibt prozentual Movement Speed Dinge, aber alles ist schlechter als Boots. Shit. Ehh. Funfake, prozentual Movement Speed ist auch ne Lüge. Stickt ab 360 nicht mehr so gut. Das ist doch mal so, die sind jetzt gerade sehr in der Nähe. Shit. Die gehen jetzt wahrscheinlich gleich zu Baron. Ehh. Und jetzt. Ah, und die ist genau drauf. Lol. Fuck. Und dead. Holy shit. Alter. Unlucky, dass ich gerade dort war. Ehh. Das war unlucky, einfach. Ehh. Dankeschön. Den wollte ich mir jetzt irgendwie gerade nehmen. Dankeschön. Fick das. LOL. Ah, fuck. My existence is pain. Aua. Aua. Danke. Vier. Ich nehm' ihn. 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 Ey, ihr müsst irgendwie Set halt von mir wegkriegen. Ich kann sonst nichts machen. Oh ja, lass ihn hier bei mir. Envy, Fick dich. Guck mal, ich bin Set. Ich bin's net, ich bin mobil. Ich hab' ne fucking... Ich wär' ganz kurz am Tag. Ich hab' sie klein wenigst, Mama. Ja, das auch. Wie hat der jetzt schon wieder Ulti? Ja, aber der hat nix gebracht. Joa, Essence of Shotgun Nies, hab ich gehört. Entschuldigung, dass ich jetzt gerade wieder so viel flamme, aber es regt mich halt gerade aufregend. Wollen wir einfach Richtung Baron gehen, oder worauf habt ihr Bock? Worauf habt ihr Bock? Wollen wir beim Meckles vorbeilaufen? Leider noch Cheeseburger? What's up, Nuggies? Der Junkner ist doch für 40 Sekunden tot, also. Mhm. Ja, also... Also wenn, dann jetzt Baron. Also ich schredder das Ding schon an. Wäre ein guter Call. Hm? Burn. Oh, da ist eine Vier, die will ich gut sehen. Oho. 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 Ja, Baron? Oh. Fuck. Hi. Aua. 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 Oho. 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 Ich flutsch nicht leer. So, Baron. Baron. Baron, ref this instant. Fuck off everybody else. Baron. Ich versuch zu zonen. Ich versuch hier eine Wand zu bauen. Oder eine Wand zu sein. Aua. Ja. Ich muss da Abstand halten. Nice. Easy brawn. Und that's what's happening. Oh, top, top. Ja. Ich muss mir Rabadons holen. Tausend damage. Bleib immer schön dabei, ja. Ich hab wenigstens mal ein Point und Klick 4. Ja, halt mir bitte sehr von live. Willst du sehr? Ja. Der Dance um den Baron. Ja, ey, muss ich ja, damit ich meine... Oh, hi. Snatch. Komm, folg. Äh, ich... M. Okay, ich hab zumindest deinen Spearship gekauft. What? Hm. Okay. Ah, vielleicht noch. Verstehen bitte. Oh, wow. Nini, Vorsicht. Bis alleine. Oh, my God. Yo. Jeet. Essence of Ballern. Und... Oh, revive. Oh, revive. Ja, aber ich bin trotzdem tot. Nee. Nee, Elko ist da. Ja, komm, Herb. Komm, Herb. Komm, Herb. Oh, Tick. Oh, Tick. Oh, Tick. Fuck. Oh, 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 oh oh, oh oh. Fuck. Lauf einfach, Elko. Scheiß drauf. Enttick den Elip. Ich glaub, du kannst nicht weitermachen. Der muss den Nexus treffen. Ne, der... Der Nexus ist... Oh, 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 oh. Das stimmt. Pass auf! Er fällt uns! Power! Power! Oh, Minion Block! Nein! Minion Block! Mann! Fuck. Fuck! Die Minions haben dich im Witz geblockt vom Autotank! Alter. Ich wollte ihn sogar ulten, er! Das hätte aber sein Dingson ausgelösen in der Ultimäre verspannet gewesen. Ich spüre meinen Penis nicht mehr. Hallo! Mein Name ist... Mein Name ist Krabby! Aua! I'm dead! This is going to... Hey, Drake? Okay, dann! Das hat nicht funktioniert. Da waren auf einmal wieder alle. Scheiße. Alter, wie kann das noch nicht vorbei sein? Wir dürfen jetzt nur keine Fehler machen. Und wir müssen den Dragon kriegen. Ich krabbe! I am Krab! Oh, oh! Fuck! Oh, Alter, bin ich got crampy! Oh... Ah, dann zähl ich den lieber, oder? Hm! Nö, ey! Nein! Nein! Die hätten ich daran nicht verhalten im Sack, Alter! Ja! Naja, super! Wurde einfach fucking geblendet und konnte nichts machen. Ich trinke jetzt Eistee. Hm... Ja, die müssen gleich Top wieder verteidigen. Ja, der Z hat jetzt grad weg, Dick, ey. Da oder? Naja, aber guck mal, die Top... Die will mich einfach... Ja, hm... Ja, mobiles Arschloch. Au! Ja, der Minibag. Oh! Fuck, du hast mich grad so doll zum Lachen gebracht. Ich hab grad über meinen ganzen Tisch gespuckt. Ich muss hier kurz zurückgehen. Dazu kann ich nicht, äh, gegen die fighten. Ja, aber das war's. Nein, das war's nicht. Die Krabbe ist da. Hm. Ähm... Wo kommt der Schaden, ja? Fuck, 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 fuck. Alter! Das ist nicht euer Ernst. Loll, ey. Mann, ey. Nee, das will ich nicht. Das ist... Das ist so billig irgendwie. Nein. Kill sie. Willi, ey. Oh nein. Ja. Welp, good timing. I've just spit on my table. Das ist nicht euer Ernst. Das ist nicht euer Ernst. Alter. Shadow Lost hat mich grad voll zum Lachen gebracht, als ich meinen Mund voll mit Trinken hatte. Womit? Ich weiß es nicht mehr. Ich hab's grad vergessen, aber ich musste grad kurz lachen. Und hab den kompletten Eiszee um meinen Tisch verteilt. Loll. Was könne ich denn? Ich könne sie nicht, weil's mir eigentlich ein Tritt in die Eier war, aber... Äh... Ich hätt... Ich hätt den... Ich hätt den fucking Drake früher smiten müssen. Ich mein, der Damage ist aussagekräftig. Pfff. Alter. Elko, was hast du gemacht? Hm? Damage... Wenn ich mir mal die Damage-Zahlen so angucke. Er ist Burst Mage. Du bist Juggernaut. Er macht eine Person tot. Und du greifst alle im ganzen Teamfighter. Hm. Hm. Teamfighter. 10. Klänge! 15. 1 25. 30. perimeter. Setter estrut Ik... zwei. letzte Malo.